Also die 236er ist schon sehr intensiv. Das sind die Alpenkräuter. Ich persönlich finde das ja ganz gut. Gibt es auch als 238er. Mein Bodylogen. Bei der Handkrieg lernen wir es gar nicht so. Aber da. Na? Rosmarie. Wie ich sehe, das ist immer merkwürdig, Frau Hiebel. Also Sie haben da echt einen gespürt. Ja, das ist schon nehmlich. Und wie viel darf ich bestellen? Der hat mir eine Typberatung angeboten. Ist doch nett. Also als wir noch mal dich an der 236er gerochen haben, da fand ich es noch ganz gut. Aber dann hat auch noch mal die Erika dran gerochen und da war es schon nimmer so. Und da habe ich mir gedacht, ich frage sie da einfach noch mal. Wollen wir uns auch noch mal dran riechen? Und Familie? Ist Ihnen gewichtig? Möchten Sie Ihrer Familie vielleicht irgendwas mitteilen? Manchmal fühle ich mich wie ein Hummel, der mir gesagt hat, dass ich nicht fliegen kann. Ich würde gerne mal allen sagen, wie es mir wirklich geht. Aber es geht halt nicht. Tut mir leid, Flo. Mach's gut. Bis später. Wir müssen reden, Pete. Na, das müssen wir nicht. Aber ich möchte aussteigen. Wen soll man denn noch anwerben? Wir müssen uns reisen. Wenn Sie dann mal alles kernelschrechen. Wir müssen uns das machen. Und ich hoffe, wir müssen uns noch langecil und dann noch mal klar werden. Bet. Wir müssen uns noch mal noch mal besser hin. Vielen Dank.